Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Es gibt mal wieder ein Infovideo. Diesmal geht es wahrscheinlich auch nicht nur eine Minute oder so, sondern ein bisschen länger. Also, es geht halt um meinen Kanal in näherer Zukunft. Erstmal will ich euch informieren. Ich weiß, ich war letzte Woche erst weg. Da war ich bei meinen Großeltern und habe deswegen eine Woche keine Videos gebracht. Ich bin aber ab Montag bis Freitag danach wieder weg, weshalb dann am Sonntag das letzte Video bis zum Samstag danach kommen wird. Okay, mit sehr viel Glück kommt am Freitag noch eins. Es kann aber auch sein, dass ich in der Zeit einfach ein Video oder zwei vorher mal unterlasse, weil Internet habe ich, ich kann nur nicht aufnehmen. Die würde ich dann halt in der Zeit vielleicht hochladen. Und sobald Odyssey endet, da kommt jetzt das Wichtigste. Dann werde ich sehr wahrscheinlich meinen Laptop haben und werde dann wirklich Minecraft aufnehmen können. Ohne Lacks, mit guter Qualität und mit Schneiden und auch mit eigenem Intro und sowas. Wenn ihr euch darauf schon freut, könnt ihr ja mal, falls ihr es noch nicht habt, ein Abo dalassen. Und jetzt geht das Video doch nur eine Minute, aber ich hatte doch auch noch irgendwas im Kopf, über das ich reden wollte. Ich habe alleine in dem Odyssey-Part, in dem ich das mal angeschnitten habe, fünf Minuten drüber geredet. Nicht wundern, wenn ihr den nicht findet. Es kommen heute auch noch zwei weitere online. Also kein Part, in dem ich darüber labere. Das war eine originale Aufnahme, aber die ist mal wieder abgeschmiert und ich musste neu drehen. Das sage ich auch in dem Part, der heute als erstes online kommen wird. Kann ich euch auch nur wieder ans Herz legen. Ist heute zum Glück nicht so schlimm gelaufen. Trotz Pfeil laufen. Ich hasse das Zeit. Naja, immerhin sind es zwei Minuten geworden. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Ich wollte heute... Was heißt eigentlich gefallen? Ich wollte euch nur ein bisschen informieren, damit ihr ja nicht enttäuscht seid, wenn nächste Woche keine Videos kommen. Dann... Ah ja, eine Sache noch zum Laptop, die mir jetzt gerade einfällt. Die wollte ich noch sagen. Und zwar, ich werde zwar Minecraft dann mit überster Qualität aufnehmen können, aber es werden hin und wieder noch Nintendo-Let's Plays kommen und eine Capture-Card kann ich mir noch nicht gerade leisten. Und deswegen werden die in derselben Qualität wie derzeit kommen. Ich hoffe mal, das ist nicht so schlimm. Aber wir sehen uns dann in einem der weiteren Videos. Vielleicht ja schon heute in Odyssee. Wenn ja, dann könnt ihr ja mal ein Like da lassen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.